so hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge shadow of the tomb raider wir sind jetzt ein bisschen abseits vom basislager habe neues entdeckt also abseits von der stadt der kaiserin jaguar sobald er kommt verstummen alle anderen tiere wir machen ihn besser nicht auf uns aufmerksam ja richtig sollten wir dann nicht auch leise sein ok ich versuche das jetzt hier zu finden irgendwie wenn es nicht gelingt dann gehe ich mit der hauptmission weiter aber das interessiert mich eben was es hier zum erkunden gibt wie es hier weitergeht ich habe noch jemand hier drüber Okay. Hallo. Federn bringst du mir. Ja, ich seh das mal als Erkundungsmission an. Ziehen sie mit L2 und schießen sie Pfeile mit R2. Yoey. Geilo. Da gehts auch weiter. Da gehts vielleicht weiter in den Dschungel. Richtung des Grabes. Da gehts auch weiter in den Dschungel. Da gehts aber auch ein bisschen weiter. Oh, da gibts viel zu erkunden. Ok, vorne. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Da hab ich was entdeckt. Oh, ich hätte die Städte viel mehr erkunden sollen. Oh, Simmelnam. Ok. 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 Ok, da ist nichts. So, genug Rebhühner gemäufelt. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh oh! Woah! 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 Der kommt doch auf! Von Geschessen! Oh! 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 Oh, das gibt's ja nicht! Oh! 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 Alter, was ist das für ein Glitch? Wo ist die hin jetzt? Was ist das für ein Glitch? 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 Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Da. Ich will aber eigentlich dorthin. Muaah. Bist du was? Vielleicht mache ich diese Gräber. Ah. Alter. Ah, ist keine Händlerin, doch? Ach, guten Tag. Wie kann ich dir helfen, Lara? Komm hier, Glitch, Lara. Komm hier, Glitch, Lara. Komm und sieh dir meine Lara. Das macht mich jetzt schon neugierig hier das Kloster. Oh! Uff! Oh! Oh! Licht wäre nice. Hallo? Ach geil, ich seh da nix. Ach, ich seh da nix. Oh, 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 oh. Oh man, das macht mir Angst. Oh man, das macht mir Angst. Oh man, das macht mir Angst. Oh, machst du Spaß? Aber das habe ich doch gerade zerstört. Alter. 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 Ah! Ah! Oh, da machst du Spaß! Ich glaub, da hätte man vorher aussteigen müssen. Nur wo? Oh! Ich dachte, da wird Licht hier in der Techt. Die Axile sind auch hier? Nockelscheißen. Nicht die. Oh! 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 Da komm ich sicher nicht mehr lebend raus. Oh, kacke, Alter. Oh! 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 Da hätte ich jetzt schneller sein müssen. Aber gut, machen wir das Ganze halt nochmal. Oh, God. Oh! Oh, oder? Oh, nein! Oh! Oh. Oh! Oh! Oh, das war falsch. Jetzt hätte ich warten können. Oh, das war falsch. Okay. Oh, wie komme ich da wieder raus? Gut, es ist wohl der falsche Zeitpunkt, um sich zu fragen, ob man das hätte machen sollen. Ah, da geht's runter. Trottel. Trottel. Ja. Ja. Oh. 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 Okay, scheiße. Okay. Oh. 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 Oh, das war knapp. Unmöglich, ich kann nicht mehr tragen. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Okay, scheiße. Ich wollte ihn doch nur präparieren. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hey! Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann nicht mehr tragen. Ach, gescheißen. Ach, gescheißen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ach, gescheißen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ach, gescheißen. Ich muss auf diese Plattform. Ich muss auf diese Plattform. Ach, gescheißen. Oh mein Gott. Kann man da so weit springen? Nein. Oh, wie soll ich auf die Plattform kommen? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Na gut, das führen wir vielleicht doch das nächste Mal fort. Ich bin ein Fangamer. Macht's gut. Bis dann. Tschau und papa. Tschau. Tschau. Tschau.